Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit der Durchlässigkeit. Durchlässigkeit? Ja, ich will die Definition noch nicht wegnehmen, sondern ich möchte eigentlich erst mal darauf eingehen, dass die meisten Reiter gar nicht wissen, wie sie die Durchlässigkeit definieren sollen. Ja, im Rahmen von Reitabzeichen wird sehr häufig gefragt, ja was ist denn Durchlässigkeit? Und als Antwort kommt meistens ja das Pferd lässt die reiterlichen Hilfen durch. So, jetzt bin ich aber nicht wirklich schlauer, weil ich ja im Prinzip ein Substantiv nur zum Verb gemacht habe und dann rausgehauen habe und immer noch nicht weiß, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret in der Praxis. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, wieder in die Ausbildungsskala, ja, weil die Durchlässigkeit ist ja das Ergebnis der Ausbildungsskala. Also, was muss unser Pferd lernen, wenn es klein ist? Es lernt als erstes taktmäßig zu laufen, in Schritt, Trab und Galopp. Als nächstes soll es sich in Schritt, Trab, Galopp auch noch losgelassen, also sprich entspannt bewegen. Nachdem es gelernt hat, in den drei Grundgangarten taktmäßig und entspannt zu laufen, soll es noch an den Zügel kommen, sprich es geht dann in die Anlehnung. Haben wir eine Anlehnung in den drei Grundgangarten, das Pferd entspannt sich dabei, fangen wir weiter an. Das Pferd im Rahmen der Schwungentwicklung zu fördern, das heißt dritte Verlänger, Mitteltrapp und sonstiges. Ist das erfolgt, kommt die gerade Richtung. Das heißt, wir möchten so ein bisschen der natürlichen Schiefe entgegenwirken, zum Beispiel durch Seitengänge oder ähnliches. So, und als krönender Abschluss kommt dann die versammelnde Arbeit, wo das Pferd mehr Last aufnimmt. Das sind die sechs Punkte der Ausbildungsskala. Da gibt es von mir auch zu jedem ein einzelnes Video zu. Wenn ihr da noch Definitionsprobleme habt, schaut da ruhig mal rein. So, wie ist denn jetzt eigentlich die Durchlässigkeit definiert? Es ist die Reaktion des Pferdes entsprechend seiner Ausbildung auf die reiterlichen Hilfen. Ja, wie sieht denn das jetzt in der Praxis aus? Ich habe mir jetzt hier mal ein Beispiel rausgenommen und zwar Schenkelweichen. Wir haben hier Schenkelweichen rechts. So, was heißt das jetzt? Das heißt, der Reiter gibt eine einseitig belastende Gewichtshilfe, gibt einen vorwärts-seitwärts-treibenden Schenkel, eine minimale Stellung, alles auf der rechten Seite. Auf der linken Seite haben wir einen verwahrenden Zügel und einen verwahrenden Schenkel. So, jetzt macht der Reiter diese Hilfe und dann gibt es zwei Sorten Pferde. Die einen, die sagen, jo, habe ich verstanden, ich soll jetzt hier so seitwärts meine Füße kreuzen. Und dann gibt es die andere Sorte Pferd, die sagt, hm, ich weiß gar nicht, was du meinst. So, und die Sorte, ich weiß nicht, was du meinst, nennt man dann in dem Fall undurchlässig. Ja, durchlässig bedeutet in diesem Fall, das Pferd hat die komplexen Befehle des Vorwärts-Seitwärts-Treibens verstanden und macht dieses auch bereitwillig, und zwar ohne Gegenwehr. Und genau in diesem Moment, diese Reaktion auf die reiterlichen Hilfen, dass ein Pferd es macht, sich dabei entspannen kann, taktmäßig bleibt, in Anlehnung bleibt. Mache ich die Übung zum Beispiel im Trab oder im Galopp, muss auch der Schwung erhalten bleiben. Ja, mache ich jetzt was anderes als Schenkelweichen, zum Beispiel ein Schulter rein, eine Traversale, so kommt es auch noch darauf an, dass das Pferd den Schwung beibehält, als auch sich versammeln lässt. Sprich, die Tragkraft und die Aufrichtung verändern sich in dem Moment. Und damit habt ihr eigentlich schon die ganzen Punkte der Ausbildungsskala abgearbeitet und das Ergebnis daraus ist dann die Durchlässigkeit. Ja, neben der Durchlässigkeit ist der nächste Punkt, der eigentlich Ergebnis der Ausbildung eines Pferdes ist, die Balance. Langs. Ja, ihr werdet das immer sehen, wenn ihr mal Jungpferde reitet, die fühlen sich zum Teil so an, als wenn ihr, weiß ich nicht, auf einem alten Seemann sitzt, der gerade aus der Hafenkneipe kommt, weil die noch so schwanken. Ja, und es kann auch immer mal wieder sein, wenn ihr mit Schulter rein oder auch mit Traversalen anfangt, dass das Pferd unter euch so strauchelt, dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, Mensch, gleich fällt der um, weil der gar nicht weiß, was er machen soll. Auch das ist so ein ganz zentraler Punkt im Rahmen der Ausbildung eines Pferdes, dass das Pferd genügend Zeit bekommt, ein entsprechendes Körpergefühl zu bekommen. Ja, ich kann Lektionen und Lektionen reiten. Hat das Pferd das nicht verstanden, wie er das über seinen Körper umsetzen muss und der Reiter quetscht ihn nur dahin? Ja, bleibt im Prinzip wieder ein Punkt, nämlich der Zentrale, die Losgelassenheit, eurer Ausbildungsskala so ein bisschen auf der Strecke. Ja, das heißt, also, ich muss gucken, wenn ich Durchlässigkeit und Balance fördern möchte, dass ich immer Rücksicht in der Ausbildung meines Pferdes oder beim Üben von Lektionen darauf lege, dass das Pferd auch ein gutes Körpergefühl unter mir hat. Und manchmal sind es nicht unbedingt die bewegungsstärksten Pferde, die ein gutes Körpergefühl haben, die hinterher sicher alle Lektionen lernen, sondern vielleicht einfach nur die Pferde, die sich so ein bisschen schlauer anstellen. Und damit haben die auch eine größere Chance, mehr zu lernen. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und auch abonnieren darf man mich auch. Ich verlinke euch alle weiteren Videos zum Thema Ausbildungsskala unten in der Beschreibung nochmal. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder.